Paschchematana Bandha, wörtlich die verschränkte, intensive Dehnung des Rückens, ist eine Variation von Paschchematanasana, die Vorwärtsbeuge mit gefalteten Händen. Angelina zeigt, wie es geht. Strecke die Beine nach vorne aus, einatmen, hebe die Arme hoch und ausatmen, beuge dich nach vorne und falte dabei die Hände um die Füße, um die Fußballen oder um die Zehen. Das ist Paschchematana Bandha, auch bezeichnet Paschchematana Bandhasana.